US-Marken. Was muss man bei der Anmeldung von Marken in den USA beachten? Ich bin Rolf Klesen, Partner und Patentanwalt bei Freischirm & Partner in Köln und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patentmarken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, was man bei der Anmeldung von Marken in den USA beachten muss. Erst einmal erkläre ich so ein paar Besonderheiten des US-Markensystems. Dann gehe ich darauf ein, warum man auf jeden Fall in den USA vorher eine Recherche machen sollte und warum man die Waren- und Dienstleistungen konkret formulieren muss, also anders formulieren muss als in vielen anderen Ländern. Dann gehe ich auf die verschiedenen Optionen ein, wie man eigentlich eine US-Marke erhalten kann, also einmal als nationale Marke oder als internationale Registrierung. Und zum Schluss erkläre ich, was zu den Kosten. Haben Sie schon einmal eine Marke in den USA angemeldet oder planen, eine Marke in den USA anzumelden? In den USA gibt es im Wesentlichen drei Besonderheiten, die man bei der Anmeldung von Marken beachten muss. Zum einen recherchiert das US-PTO, das US-Patent- und Markenamt, nach ähnlichen älteren Marken und hält diese entgegen. Man muss diese in Form, also das ist eine Beanstandung, die muss man ausräumen. Dann beanstandet das US-PTO oft zu breit formulierte Waren- und Dienstleistungen. Und als letztes, in den USA gilt eine Marke nur dann in allen Normalschreibweisen verletzt, wenn die Marke in Großbuchstaben eingetragen ist. Daher gehe ich gleich mal auf die letzte Sache ein, weil die am einfachsten abzuhandeln ist. Ich melde die Marken einfach immer in Großbuchstaben an, jedenfalls die Wortmarken. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Prioritätsbegründende, möglicherweise Prioritätsbegründende deutsche oder Unionsmarke, die ich dann eben auch vorzugsweise in Großbuchstaben anmelde, damit man eben später in den USA den breitestmöglichen Schutz hat. Da das US-PTO nach ähnlichen älteren Marken recherchiert und die eben in Form einer Beanstandung entgegenhält und man die Beanstandung dann erst mit einem US-Kollegen ausräumen müsste, ist es besonders wichtig, dass man in den USA vor der Markenanmeldung nach ähnlichen älteren Marken recherchiert, damit man so etwas gleich von vornherein vermeiden kann, wenn es geht. Denn, wie gesagt, jede Beanstandung sollte man mit einem US-Kollegen vor Ort dort ausräumen lassen und der will natürlich Geld sehen. So Ausräumung einer Beanstandung kostet üblicherweise, ich würde mal sagen, irgendwo so zwischen 1000 und 1500 Euro. Ist kein ungewöhnlicher Kostenrahmen. Wenn man das vermeiden kann, dann sollte man das eben auch tatsächlich so alles in die Wege leiten, dass eben die Marke nicht beanstandet wird. Ein weiterer Punkt waren ja die zu breiten Waren und Dienstleistungen. Das kann man dadurch adressieren, dass man eben im Unterschied zur Unionsmarke oder deutschen Marke, die man für die Oberbegriffe angemeldet hat, eben für ganz konkrete Waren. Also Beispiel nicht für Software, sondern Software zur Verarbeitung von Bildern oder eben konkretisierte Waren. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man sich an den vom USPTO zugelassenen Begriffen orientieren, die im Trademark ID Manual, also frei recherchierbar auf der Seite des USPTO, verfügbar sind. Also da kann man genau sehen, welche Begriffe sind erlaubt und welche sind nicht erlaubt, welche sind zu allgemein. Jetzt geht es darum, was ist die kosteneffizienteste Art, eine US-Marke zu erhalten, wenn man ohnehin außerhalb von Deutschland oder der Europäischen Union Markenschutz beantragen möchte, also nicht nur in den USA, sondern zum Beispiel auch in Korea oder China, Australien, Japan oder eben anderen Ländern. Dann ist in der Regel die günstigste Variante eine sogenannte internationale Registrierung. Aber auch die internationale Registrierung kann in den USA natürlich aufgrund dieser schon vorgenannten Möglichkeiten beanstandet werden und dann muss man sich dort einen Vertreter suchen. Das heißt, wenn man im Rahmen einer internationalen Registrierung dort anmeldet, sollte man zusehen, dass man eben dort auch vorher recherchiert und vielleicht für die USA, das geht im Rahmen der internationalen Registrierung, ein gesondertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einreicht, wo eben die Waren etwas konkreter und die Dienstleistungen etwas konkreter formuliert sind. Wenn man außerhalb von Deutschland und der Europäischen Union lediglich in den USA Schutz anstrebt, dann ist das günstigste eine nationale Markenanmeldung, wo man eben direkt einen US-Kollegen beauftragt, die Marke anzumelden. Da wird man so irgendwo zwischen vielleicht 1.800 und 3.000 Euro investieren müssen, je nachdem, wie viel Klassen und wie teuer eben der Kollege ist. Aber das ist so ein üblicher Preisrahmen, vielleicht so ein üblicher Kostenrahmen. Für die Anmeldung in den USA muss man für die erste Klasse so ungefähr 1.500 bis 2.500 Euro einkalkulieren und jede weitere Klasse kann irgendwo so zwischen, ich würde sagen, 600 und 800 Euro kosten. Die Kosten hängen da vor allen Dingen von der Qualität der Kanzlei ab, die man dort beauftragt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man Marken in den USA am besten anmeldet. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.